Hiho und willkommen zurück meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforst, Order of Dort. Ja, wir sind immer noch leider im Gottwall unterwegs. Alles hier ist mittlerweile wieder zugedeckt. Aber unsere Befestigungen sind fertig hier. So, die Zwerge sind mit dem Gebäude fertig. Wir warten noch darauf, dass wir genügend Nahrung... Oh, der Lidhalf. Also der Lidhalf-Titan ist fertig. Du bist auch gleich tot. Gut, wir warten darauf, wollte ich sagen, dass wir genug Nahrung kriegen, um wenigstens noch einmal... ...einen Schwung an Bevölkerung hochzugehen, damit wir nochmal 10 Kriege ausbinden können. Oh, der Lidhalf schickt Wellumwelle gegen uns. Und da werden wir wieder angegriffen, hm? Okay, fast haben wir das Fleisch. Und ja, ich sag Fleisch, weil die Zwerge, die... ...haben Schweinezucht. Die Bärensammler hier unten. Achso, das waren meine Bärensammler, glaube ich, die ich da abgezogen hatte. Was ist euer Begehr? Ja, die meisten Ressourcen sind zum Glück kein Problem. Die Ahnen rufen uns! So, da haben wir die Nahrung. So, und Krieger wollen wir. Er hat zwar nur mittlere Ressourcen. Ja, das Upgrade haben wir noch nicht ausgeführt. Ob wir noch Platz für ein Sanktuarium hier finden? Das wird ein Meisterwerk. Dass wir auch zwei von dem haben. So, noch die letzten beiden Zwergenkrieger. Und ja, das sind zwei unterschiedliche Eisenvorkommen. Nur das Mondsilber hier. Hier bin ich! Wo ist der Feind? Oh. Nur zu! Vorwärts, Zwerge! Nur zu! Vorwärts, Zwerge! Zu allem entschlossen! Auf geht's! Ja! Zur Seite! Stampf, Stampf. Zur Seite! Stampf. Nur zu! Auf geht's! Zu allem entschlossen! Endlich wieder kämpfen! Der Nidhalf-Titan oder der Zwerg-Titan ist wenigstens nicht so gruselig mit der Stimme wie der Elfentitan. Und ja, den könnte ich theoretisch auch noch rufen. Ach, meine Türme können schon auf die da oben ballern. Kampfbereit! Okay, einer fehlt noch. Wir sind schon wieder bei fast 600. Also ja, man merkt, Zwerge viel besser mit Nahrungsproduktion als Elfen. Da muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht, was die Entwickler sich dabei so genau gedacht haben, dass sie mit Elfen und später werde ich es auch sehen, mit Trollen... Zwei nicht-autarke Völker eingebaut haben. Nur zu! ...eingebaut haben. Also zwei Völker, die teilweise auf die anderen Völker angewiesen sind. Also Menschen, Zwerge, in dem Fall Zwerge halt. Oder ja, später auch Orks. Zu allem entschlossen! Wohin soll ich gehen? Wer ruft mich? Mir nach! So, dann marschieren wir mal vorwärts. Folgt mir! Nithalf wird mich rächen! Mehr davon! Zu allem entschlossen! Lasst sie nur kommen! Kommt nur her! Meine Axt wartet schon! Jau! Schnell! In die Schlacht! Mir nach! Ja, so stelle ich mir das vor. Und los! Nithalf wird mich rächen! Ja, auf jeden Fall da oben immer mehr Gesindel runterkommt. Vorwärts! Folgt mir! Schnell! Mir nach! Und los! Mir nach! Kämpft! Kämpft, Männer! Für die Freiheit! Das ist euer letzter Fehler! Mir nach! In die Schlacht! Sofort! Schnell! Ihr seid schwer! Ruft mich! So, dann gehen wir mal hier angreifen. Hoffen wir dafür, damit die ganze Armee wahrscheinlich trägern werden. Die Ahnen rufen uns! Also ja. Sie preisen uns ein! Kommt nur her! Die Ahnen rufen uns! Wir sind in Gefahr! Lasst sie nur kommen! Wehrt euch, Schwestern! Lasst sie nur kommen! Das ist ein Hinterhalt! Ja, meine Krieger kriegen halt ihr Fett weg. Die Ahnen rufen uns! Wir sind halt offensive Nahkämpfer, keine defensiven. Äh, nein. Das will ich nicht. Ich will... Ja, gut. Wo wollt ihr eigentlich alle hinrennen? Unsere Stadt wird angegriffen! Achso, ihr wollt unbedingt den Eis... ...Turm angreifen. Okay. Und ja, wir nehmen... ...gute Verluste. Was ihr wollt. ...gute Verluste. Ich will... ...gute Verluste. Unsere Stadt wird angegriffen! Was ihr wollt. Dorthin! Okay, ihr geht mal das Ding reparieren. Ich geh mal auf ein Belünderungstour. Medizin für Gwen. Okay. Rotes Jovel und grünes Jovel. Wir sind in Gefahr! Mein Bogen für die Rune! Hier habe ich auch jemanden verloren. Ja! Zur Seite! Und dann halt eine neue Windschütze. Mach Platz! Ich höre! Wir sind weg! Und da schießen sie auf meine Warrior. Ich bin unhöflich. Nur zu! Okay, hier sind wir durch, so wie das aussieht. Kampfbereit! Lasst sie nur kommen! Geht es los? Wo ist der Feind? Mit festem Schritt voraus! Was soll ich tun? Befehlt! Nur zu! So! Und ihr fünf? Ihr baut mir hier eine Mondsilbermine. Noch eine auf. Ich höre! Ja! Sofort! Sofort! Und los! Finde ich schön, das Reparieren von dem Frostbringer kostet Holz. Kein Lenje. Sprecht! Dorthin! Es sind so viele! Zur Seite! 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 Mehr davon! Los! Die Diener der Nacht sind hier! Macht Platz! Macht Platz! Auf meinen Befehl! Kämpft Männer! Zur Seite! Zur Seite! Und los! Und los! Oh! Da kommt ein Nerven! Unsere letzte Windschützin kommt Die Jungs kommen um da zu bauen Hier haben wir nichts Truhenmäßiges übersehen Wer ruft mich? Folgt mir